Sie sind live dabei beim Berlinale Night Talk und wir freuen uns natürlich immer ganz besonders, wenn Gäste zu uns kommen, die dann vielleicht mal wiederkommen mit einem Bären in der Hand. Also Leute, die im Wettbewerb vertreten sind, den versuchen wir möglichst vollständig Ihnen hier auch zu präsentieren, was gelingt und manchmal nicht gelingt. Heute zum Beispiel haben wir einen Mann bei uns, der kommt aus einem Land, das durchaus schon große Erfolge hat. Es gab schon Grollenden Bären zum Beispiel für Rumänien und jetzt kommt ein Film hier zu uns, der ist ganz anders als das, was wir so kennen vom rumänischen Kino. Es ist ja immer sehr sozial genau, so Plattensiedlungen am Stadtrand, Gegenwartsgeschichten. Und jetzt haben wir einen Film, der ist so etwas wie ein Western, also ein Eastern, der uns ins Jahr 1830, ein bisschen später dann auch führt, ein Roadmovie, wenn man so will, in Schwarz-Weiß gedreht, eben eine historische Geschichte aus Rumänien von einem Regisseur, den wir ganz gut kennen, der hier auch schon mal war, wiederum mit einem ganz typisch rumänischen Film und das war Everybody in Our Family, war 2012, da war er auch hier bei uns zu Gast. Wir freuen uns jetzt sehr, dass er eben jetzt auch im Wettbewerb vertreten ist, also diesen großen Sprung geschafft hat, mit seinem Film Affe Riem. Bitte begrüßen Sie Radu Jude, der Regisseur dieses Films aus Rumänien. Hi, welcome, good to have you here again. Hello. Hello. And thank you very much that you are here and that you brought with you. Die Produzentin dieses Films ist nämlich bei uns, Ada Solomon. Hi Ada. Hello. I just said I like this. Also sie hat eine wunderschöne Kette und zwar sind da wirklich riesige, große, also ich muss das einfach mal sagen, wir machen sonst keine Modekritik hier, aber riesige, große, echte Thaler, so. Das ist noch aus Österreich, Maria Theresa and so on. It's really heavy but great. So, what can a producer wear other than money? Ja, genau. Das ist das, was man tragen als Produzentin natürlich Geld. It looks fantastic. So, I just said, Radu, it's really a surprise, that movie, a black and white, eastern and historical period movie. So, I was really surprised because normally we see from Romania nowadays stories settled in the suburbs of Bucharest and so on. So, why did you decide to tell a story like that from the 19th century? Well, for two reasons. First, my first two feature films dealt with personal problems or problems that I witnessed and this was all I can speak about myself. So, I decided to look around me and even back into the history of my country. So, but I chose this story not because it's about the past, but because it's about the past being about the present in the same time. And while researching it, me and Florin Lazarescu, the co-screenwriter of the film, discovered a lot of documents and a lot of stories that seemed to have a structure like the classical Western. So, we said, why not make a Western, like a Romanian Western. So, I said, he said he had his first film really so created, that his own experiences were there, his own stories, his own stories, his own stories, his own stories, his own autobiography. And that was first of all, and he thought, now it must be something else. And he then started with his co-author with his co-author to research, just this story. And there it was not only about it, just a historical story to tell you, but something that we're talking about, something that we're talking about. Something that we're talking about, what's in the Gegenwart hineing. And you'll hear from the characters you've heard of before. You've heard that this is something that has something to do with us. But it's also something that's in the Western-Genre. We're doing that in the rumenian Western. And they did it. You don't have to do it. So, the two Helden, Father and Sohn, that are Gendarmen, we're talking about maybe they're trying to find something they're trying to find, and why they're trying to find something they're trying to find. But it's the same thing that they're trying to find, and it's the same thing that they're trying to find out. And it's also really like a Western. ob das schwer war, das zu rekonstruieren, also es wirkt manchmal wie ein Dokumentarfilm. I was really surprised how detailed you reconstructed that period, the villages and so on, the peasants and so on. Is it difficult to reconstruct a period like that in Romania today? It is difficult and it was difficult. I would like to pick a little bit on the previous topic, because there is a link between the previous films of Radu and this film, because it still deals with family relations and the relation between the father and son and how the things are inherited from one generation to another, it's also a very important point in this film and it continues the interest in the family of Radu. Let me translate that and then you can carry on. Also, ja, es war kompliziert, aber sie möchte erst mal was sagen zu dem, was Radu am Anfang gesagt hat, nämlich dass, obwohl der Film so ganz anders ist, gibt es durchaus einen Zusammenhang zu seinem früheren Film, nämlich sein Interesse an Familie, also an den inneren Familienverhältnissen, hier ist es eben Vater und Sohn und da spiegelt sich auch eben in diesem historischen, in diesem Westernfilm wieder, wie sehr er doch hineinsteigt in solche sehr intimen Familienbeziehungen. Und dann, How to Reconstruct, ja, this was an amazing work that was done together with our main consultant, Konstanza Vintila Gitzulescu, that worked very closely with Radu and Florin to put everything together and then with our production designer and with our costume designer. And also, we had a consultant for the costumes, Adina Nanu, which is a specialist in the history of costume in Romania. So, it was an amazing and very, very pleasant period to work on researching the everyday life in the first part of the 19th century. Also, sie hat den Namen alle genannt, all der großartigen Künstler und Künstlerinnen, die da mitgemacht haben und die eben auch geholfen haben, diese Atmosphäre genau herzustellen, also am Anfang der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, alles ganz genau eben so darzustellen, wie es damals war. Und dieser Vater mit seinem Sohn zusammen, also es sind im Grunde genommen Beamte eben, ziehen ja los, um jemanden zu finden und das müsste uns Radu vielleicht erklären, wen sie da eigentlich suchen. Und ich denke, es ist sehr wichtig zu erklären, dass ihr Vater und der Son, ich meine, da sind vielleicht ein Policeman, vielleicht sind sie für einen Mann, vielleicht sind sie für einen Mann. Und vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, für wen sie sind sie suchen? Die Policeman der 19th century, der Beginn der 19th century und der Son, sind sie suchen für einen Gipsy Slave. Und das ist ein Thema, das vielleicht nicht in den Westernen Ländern ist, ist nicht wirklich well-known, nicht in unseren Ländern. Die Roma-Population, die Gypsies, waren in Slavery, genau wie die nörgenden Menschen in den USA, in den 13. Jahrhundert bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist also ein Film über Rassismus und Slavery. Ich kann es nicht glauben, das war das erste Mal, dass ich darüber gehört habe. Also er sagt auch, die beiden Suchenden, diese Gendarm, suchen eben einen entlaufenden Roma-Sklaven. Und er sagt, das ist etwas, was wir kaum kennen, was man auch in Rumänien vielleicht gar nicht mehr weiß, dass es sowas gab. Also dass Roma gehalten wurden wie Sklaven, wie die Schwarzen in den USA, dort also ausgebeutet wurden, der ist entlaufen. Und davon wollte er mal erzählen, dass es sowas gab. Und zwar vom Beginn des 13. Jahrhunderts bis etwa zum Ende des 19. Jahrhunderts war das absolut üblich da. Und ich habe auch gesagt, ich habe davon noch nie etwas gehört. Aber es ist eine sehr interessante und eine Schocken-Toppik, ich muss sagen, dass sie den Menschen wie ein Objekt, nicht wie ein Mann. Und das war wirklich typisch. In der Zeit, nicht alle Roma, ich denke, waren als Slaven. Weil wir sehen, dass einige Menschen in der Stadt leben eine normalen Leben. Aber einige waren Slaven? Oder wie war es das? Die Menschen in der Stadt waren Romaniers. Aber eigentlich, all the Roma population was in Slavery, aber in different types of Slavery. There were three types of Slaves, Gypsy Slaves, one for the voivode, so to speak, of the State, and they could have some kind of freedom and you only pay taxes, and there were slaves of the particular people of aristocrats, so let's call them like this. And the most interesting category, I think, and this topic is also touching the film, was the Slaves of the monasteries, of the churches. Which is a kind of weird thing, that the church, the Christian Orthodox Church, had Slaves. And it's a little bit of a contradiction, but it was like this. Also, er hat jetzt nochmal sehr genau beschrieben, wie die Besitzverhältnisse waren. Weil es gibt da so ein Dorf im Film, und da glaubte ich, dass das vielleicht eben auch teilweise freie Roma sind, sagte er, nein, das waren dann eben Rumänen in diesem Dorf, was man im Film sieht. Ansonsten war die gesamte Roma-Bevölkerung versklavt, und zwar auf verschiedenen Ebenen, entweder beim Staat, bei den Aristokraten oder eben sogar bei den Klöstern. Darum geht es auch im Film, das ist also ein Kloster-Sklave. Die Kirche, die orthodoxe Kirche, hat Sklaven gehalten zu der Zeit, eben Roma-Sklaven. Und nun ist das ja eine sehr lebendige Geschichte. Wir sehen Vater und Sohn, also das ist ja, wie gerade gesagt wurde von Ada zu Recht, das Kernstück dieses Films. Wie würdest du das Verhältnis der beiden beschreiben? Was ist wirklich sehr wichtig? Ada just said that family affairs are very important for you, and we see that relation between father and son. How would you describe that? Because it's a very special one. Well, I think the emphasis in this relationship in the film and all the other relationships in this film could be compressed into what Flaubert calls the received ideas. I mean, I was interested less in the fatherhood or father and son relationship, although these things appear, but more in how an ideology gets shaped, how an idea travels from one person to another, especially from father to son in this case. And these ideas little by little shape the formamentis of the person. and this is, I think, something we cannot escape. We all educate our children with our own values and our own ideas. And if they are wrong or not good... Also, I'm thinking it's just a case, we're talking about the 3rd of the 5th, It's a very special. Also, it's just a bit of a question. Please. And in that case, it's a very special one. And it's just a very special one. And so I think it's very special, it's really important to show you what to do you want. And that's to talk about this in general, The idea is, that's the thought. The thoughts, the thoughts, the thoughts. are also same with the thoughts in the voice, They can be recognized by the next generation, and that's what I think you know, in dieser Konstellation interessiert, sondern auch für andere Figuren, also wie die das aufnehmen. Und wir sehen, die fangen den irgendwann, das kann man ja auch sagen. Und was da mit ihm passiert, ist wirklich extrem grausam und furchtbar. Und ich habe gehört, ihr habt ja genau geforscht, also was konnte dann wirklich passieren. Er war wirklich schockt. Of course, they get that man, they have him then. So the Roma is captured, of course. And we see what happens to him. And what happens to him is so cruel and unbelievable and really shocking, what we see. I won't say right now what happens, but it's unbelievable for me. You did a lot of research, as we heard. So is it really true? Is something like that happens? That very cruel way to treat this guy? Well, of course, human beings are cruel. But I think here it's the most important, I think, topic of discussion is how can we judge these shocking things, as you call them, when they existed as such in the laws, in the morals of the society, it's like, I don't know, imagine that in 200 years people will not kill animals for food, and will look back to us like, was it really like this? People were killing sheep and cows for food? So this is a question I don't have an answer to, but I don't think it's possible not to judge. It's like we must judge, because otherwise we cannot understand even a little bit of the world we live in. So möglich war das sehr wohl, und er sagt ihm auch, das ist natürlich auch immer eine Frage des Systems, darum geht es ihm eigentlich, das System, das so etwas vorbringt, wo so etwas legal ja auch möglich ist, diese Art von Behandlung. Und er sagt, da verändern sich immer auch die Maßstäbe, da verändert sich Beurteilung, weil was wird in 200 Jahren sein, wenn die Leute seiner Meinung nach offensichtlich also nicht mehr Tiere töten, um die zu essen, und werden sehr erstaunend, dass wir das getan haben, werden also geschockt da hinschauen, also er sagt, na klar beurteilt man immer, man kann das gar nicht vermeiden zu beurteilen, aber man soll es sozusagen innerhalb des Systems verstehen. Und ist das eben ein Roadmovie, und es ist auch sehr schön zu sehen, der Mann ist ja dabei, also der Sklave, nicht, sie schleppen ihn dann sozusagen zum Ursprungsort zurück, wie sich da eben auch so eine Diskussion entwickelt zwischen Vater und Sohn, wie gehen wir mit ihm um, wann kommt ihm ja sehr nah? Und es ist wirklich großartig zu sehen, weil sie sind zusammen, die drei von ihnen zusammen sind, eine ist ein Prisoner, in der andere ist, und sie sind frei. Und ich würde sehr gerne gerne den Diskussionen zwischen Vater und Sohn, und er ist nicht mehr ein Objekt, er ist ein Mensch, sie lernen, dass er ein Mensch ist. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiges Message. Du hast gesagt, es ist nicht nur ein historischer Movie, ein Perioder Movie. So ich denke, das ist Ihre Message für heute, zu sehen die Menschheit? Ja, absolut. Ich denke, dass in all die Characters, being cruel oder being positioned in a certain way in this film, die touch of Humanität, es ist da, und das ist etwas sehr wichtig für Radu. Und auch in den sehr speziellen Priesten, das sind in der Film, da ist dieses Human Element. Und, ja, wie können wir die anderen und wie können wir die resten der Welt? Ist es according zu unseren Verhältnissen? Ist es according zu den Perioden Verhältnissen? Aber in allen Dingen, ich denke, dass wir die Geschichte wissen müssen, um unsere Ärzte zu balanceen, und das ist die Geschichte heute. Also Sie sagen natürlich, also dieses humanistische Element, das der Film hat, das ist eigentlich das Entscheidende, auch für Radu, das Entscheidende, nämlich so ein menschliches Element zu finden in jeder Figur, selbst in diesem Priester, der sich ja wirklich sehr schlimm verhält, gibt es ihm trotzdem so einen Aspekt des Menschlichen und das muss man innerhalb der Periode sehen, wie es ja gesagt wurde, aber das ist etwas, was ihm auch weiter wirkt und auch wenn man den Film übrigens sieht, hat man genau diese Botschaft mit. So last question, Radu, I mean about the language, the language of your movie, because it's very vivid, it's very loud, it was good this morning, I think, to be very fresh then, but it's in black and white and I think Romania is a very colourful country and especially at that time, maybe, with all the great costumes. Why did you choose black and white? Well, for two reasons, and of course, it is a loss that these Turkish-style costumes are very colourful and very funny if we look with nowadays eye, but I wanted to have a distance and to mark somehow the artificiality of the convention of the construction of this cinematographical reality, this historical reality doesn't exist, it's our construction and so it's something subjective in the end and I wanted to be honest with the audience and to tell them from the start that what they see should be questionable because it's our subjective construction, nothing more. David, and the second reason is that since we found out that the story has this western structure, we wanted to emulate and to pay an homage to the great westerns from the classical era of cinema, so we had to do it in white screen and black and white. Also deshalb in Breitwand und schwarz und weiß, um ihm natürlich auch diese Hommage zu liefern, das war ja auch eine Absicht an die großen klassischen Western der Filmgeschichte und das geht in schwarz und weiß natürlich sehr viel besser. Dieser Film ist auch noch mehrfach zu sehen, ein Film, wir haben es also gehört, der davon erzählt, wie Gewalt entsteht, wie Rassismus entsteht, wie Vorurteile weitergegeben werden von Generation zu Generation. Diesen Film sehen Sie morgen, wenn Sie wollen, um 9.30 Uhr, also auch recht früh im Friedrichsstaatpalast, 12.30 Uhr Haus der Berliner Festspiele, 22.30 Uhr im International und am Publikumstag am Sonntag 21.30 Uhr ebenfalls im Haus der Berliner Festspiele und ich weiß, da sind ja immer auch interessierte Verleiher hier, Leute, die mit Filmen handeln, hören zu. Der Film hat noch keinen deutschen Verleih, würde aber auch hier, glaube ich, auch sehr wichtig sein, auch in der politischen Landschaft eine solche Geschichte zu erzählen, die uns sehr direkt was angeht. Also greifen Sie zu, am besten jetzt gleich, Produzentin ist ja hier, noch kann man ganz gut verhandeln, weil andere Angebote gibt es ja noch nicht für diesen Film. Aferim, bedanke mich sehr herzlich bei Radu Jude, bei dem Regisseur und bei Ada Salomon. Thank you so much. Thank you very much. Vielen Dank.